Es ist mir ganz ernst. Paloma und ich, wir haben lange darüber... Guck mal, das ganze Dorf hat sich versorgen. Das ist nur meine Familie. Warum ist ein Ramon eigentlich nicht mitgekommen? Er versteht sich nicht mit unserem Vater. Erwähn ihn besser nicht. Hallo, Oma! Was macht ihr denn? Wie spielt ihr das Ding? Seid ihr verrückt geworden? Wir machen den Gips nur ein bisschen früher ab, als der Arzt gesagt hat. Ja, das sollen die im Krankenhaus machen. Ich will ihn aber jetzt loswerden. Komm, tu was! Das ist unmöglich. Unmöglich sagst du, pass auf, Paco! Gib sie! Nein. Gib sie ihm! Gib sie ihm, du verdammter Hurensohn! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hab's dazu rum zu humpeln! Das ist mit dem Weg vollkommen unmöglich. Das sieht doch jeder...